Hey Leute, was geht? Wir gehen irgendwo hin, wo es ein Halloween-Special ist. Wo genau? Schauen wir nachher, wenn wir da sind und die Tickets geholt haben. Vielleicht kommt der eine oder andere schon drauf, wo wir in etwa sind. Leute an der Mauer erkennt ihr vielleicht noch nicht, wo wir sind. Wir befinden uns im Osterbrücker Zoo. Wie gesagt, ist das Halloween-Special hier. Es beginnt in gut einer Stunde. Wir haben hier noch die Lichter aufgebaut. Für die Kinder ist viel. Ein Illusionist hat hier noch seine Show heute. Es soll drei Grusel-Labyrinthe geben. Und den Rest weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf auch nicht mehr. Wir sind mal gespannt. Ich weiß noch nicht, wie es mit Aufnahmen aussieht. Ich habe leider mein Licht vergessen. Am Ende gibt es jetzt hier inzwischen nur ein paar Aufnahmen, bevor wir gleich noch mal richtig Pause machen und richtig essen. Aber viel Spaß! Ja, I know, I know, you will always be the Yeah, I know, I know, you will always be Come on, let me closer to your heart I'm waiting here for you, yeah, you Yeah, I know, I know, you will always be the You're the one that I need Yeah, you make me feel like There's no air left to breathe Yeah, you make me feel like I can run on water I'm picking up the speed Cause you will always be the Cause you will always be the one to hold it You will always be the one who knows me You will always be Come on, let me closer to your heart I'm waiting here for you, yeah, you Yeah, I know, I know, you will always be the Oh, yeah, I know, I know, you will always be the Oh, yeah, I know, I know, you will always be Come on, let me closer to your heart um vorbei hat aber irgendwie nicht er geklappt hat es einfach nicht hinbekommen ich hoffe es hat euch soweit gefallen kommentar da von mir aus aber gerne tipps vorschläge für weiteres wenn nichts mehr verpassen sie einfach jetzt auf zwei platten haben wir uns dann tschau